Wo fährt der Bus 35 los? Versteh dich nicht! Der Regen ist zu laut! Und er läuft mir die Ohren! Wo fährt er? Ich versteh dich echt nicht, man! Es ist alles so laut! Und alles kopfüber! Man, es ist echt schwer nicht zu verstehen, weißt du? Was? Also, ich weiß nicht, nicht, was du von mir willst! Was? Ich würde dir echt gerne helfen, aber so kommen wir zu keiner Lösung! Du musst mich umdrehen, weißt du? Dann können wir vielleicht besser... Okay, ich hol dich jetzt runter! Alles tut mir leid!